Hey, 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 der freundliche Impostermann aus dem Internet reagiert wieder auf Bonnie Und ja, diesmal ist es Holiday, let's go Alter, woran er eh nur durchtast Nein, 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 da feiere ich gerade so richtig diese Anspielung Und sie sind Der Weißkopfseherler denkt sich wahrscheinlich auch so, wenn er den Kameramann sieht Und sie sind Ja, das hatte die Hook immer und so, glaube ich, wieder von neu Und das kann, das Video ist wieder ein blockbassaler Kreis Ja, doch Ja Das ist schon geil Na, 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 na Ich schmeiß den Wagen an und na, 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 na Fahr fremde Straßen an und na, 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 na Kann irgendetwas mit Seeblick Denn der Erfolg verschäftigt Kann so ähnlich halt Und was ich natürlich supporten kann Bonnie hatte eine Monsterdose in der Hand Kann ich auf jeden Fall supporten Definitiv besser als diese Scheiße von Red Bull Ja Na, 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 na Ich schmeiß den Wagen an und na, 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 na Wann das gerade zwei Wider, die sich da gestritten haben im Video Ich schmeiß den Wagen an und na, 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 na Fahr fremde Straßen an und na, 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 na Frühstücksbefehl mit Seeblick Denn der Erfolg verschleift nicht, na, na Ja, aber der Warschbier war schon auch noch Die Sonne auch da Genau, das war ich auch Also, keine Ahnung Die haben auf jeden Fall einiges an Tieren hier zur Verfügung Wie es scheint Versuche ich, feiere das Video auf jeden Fall Und auch, keine Ahnung Die Hook hat mir auch sehr gefallen Ja Auch wenn mich die Hook natürlich an einen bestimmten Song erinnert Wo mir natürlich Wo mir leider nur mehr der Flow einfällt Also ja Dieses Das ist leider das Komm, dieser Flow Das ist leider das Einzige, was mir in dem Song einfällt Also ich Ich hab den Song früher gefeiert Auch wenn es heute kein Rap-Song ist Aber der Song war schon nass Komm, früher waren generell einige Songs Als die nicht Rap waren Ist heute eher weniger der Fall Aber ja Okay, das ist auch geil Wer seid ihr? Was ist leid ihr? Und so Feier ich Welchen Rekord halten die beide eigentlich in der Seife? Das aufwendigste Video oder Keine Ahnung Ich glaube, Boni und die andere Dame haben gerade Spaß auf der Wippe MV V V sieht man ja weniger in letzter Zeit, oder? Ja Ich glaube, ich hab gefühlt seit Jahren keinen MV mehr gesehen Das ist irgendwie schade Das sind heute wirklich so majestätische Tiere Frühstücksbüffet mit Sebeck Denn der Erfolg verschläft nicht Verschläft nicht Na, na Na, 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 na Hat mich auf jeden Fall abgeholt Oh Ein Boni und Crystipi Sehe ich da richtig? Langsam fühle ich mich vielleicht ein bisschen schlecht Das ich im JCC Streams Im JCC Streams Boni's Couch Ver Giveawayed habe Ich werde mir auf jeden Fall die EP geben So viel steht fest Das muss halt doch einfach sein Die EP muss ich mir geben Also wenn es eine EP ist Das wird sicher eine EP sein Das war auf jeden Fall Holiday von Boni und Cryst Ich hab's gefeiert